Dr. Harper, wieso brauchten Sie ganze sechs Monate, um uns das zu sagen? Wo sind Sie gewesen? Mir scheint, ich habe Sie hierher eingeladen, in mein Haus. Aber wir haben die Einladung erst erhalten, nachdem die Selbstmordrate auf eine Million hochgeschnellt war. Und denken Sie nicht, dass Ihre Entdeckung einfach zu gefährlich war, um mit der Welt geteilt zu werden? Meiler! Meiler! Wie kann man eine so bedeutende Entdeckung für unsere Existenz geheim halten? Mit dieser Entdeckung haben Sie bewiesen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich nenne es lieber eine neue Ebene der Existenz. Fühlen Sie sich verantwortlich für den Tod der Menschen, die sich das Leben genommen haben? Wir haben diesen Menschen eine Tür geöffnet. Jetzt müssen wir Ihnen zeigen, was sich dahinter befindet. Das aufwärtsende Entdeckung. Für uns im Kloster geteilt! Untertitelung des ZDF, 2020